So. Joa. Ich komme Gerhard. Ist das so? Lauf mir die Zeitkippe. Wie es ausschaut. Auch. Auch. Ich. Oh sie auch. Geh dir her. Wird alle der Ki aus. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Okay, Abstand und dann... Nein. Ha! Das ging gar nicht für mich. Ah. Oh. Oh. Hm. 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 Ja. 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 Auf welchem Channel haben wir den Scheiß eigentlich hoch? Ich würde sagen, bei deinem nur mehr Abonnenten als ich... ...und Zeit irgendwie. Girl. Irgendwie. Wo steckt er die hin? Wo zieht er die Wappen her? Auf seinem Rock. Wow! Das war so klar, dass ich... Wenn er die Wappen anhalt, überhaupt nicht. Aber ich... Hey, ich wurde ausnahmsweise nicht getroffen. Irgendwie werde ich voll selten getroffen. Hey, wenn diese fettchen Viecher kommen, werde ich immer getroffen. Deswegen machst du die jetzt, okay? Ah! Ah! Toad weg! Ah! Falsch! Soll ich so bleiben? Äh, da oder da? Da. Äh, das dauert immer. Ich sehe darin keine Logik. Wirklich. Wie reicht es bis darunter? Vor allen Dingen, was reicht denn bis darunter? Ich sehe einfach keine Logik darin. Entschuldigung. Mein Ding war zu groß. Warten wäre ja schon einmal logisch. Hallo Spinnen-Grupp. Wen interessiert das denn? Hey cool, man kann in der Luft auch schießen. Wir brauchen einen Tempel, damit wir nicht eher Spinnen angreifen können. Wenn ich einen Tempel baue, dann wenigstens für was Sinnvolles. Ist du da? Nein. Wieso? Da sind Schätze drin. Nein, da geht's lang. Und hier sind Schätze. Wow! Aber... Und... Zur Übung. Ne, ich bin jetzt nicht so gut dran gelaufen. Aha! Ah, die blühen auch nicht. Wow. Geh weg. Doch, übrigens nicht. Die blühen auch nicht. Ah! Ah! Oh! That was too close. Das sieht so cool aus, wenn ich... Abgesehen von deinem Arzler. War nicht hier. Wow! You have to go off beyond this time. Los. Okay, ich glaub, schreibst du richtig viel. Was soll ich da sagen? Ahhhh! Schaut so scheiße aus. Nein, mein Ding ist schon wieder leer. Seit wann? Was denn? Meine Anzeige sind leer. Ach so, ja, meine ist fast voll. Ich dürfte ihm jetzt voll sein. Ist jetzt voll. Ja. Vor das große Spinnviechte brauchst du nur einen Speer von dir. Dann haben wir es schon wieder geschafft. Du. Speer. Stopp, das heißt. Jetzt warten. Warten und warten. Das ist die erste. Nächster Halt, andere Seite. Come on. Obwohl, nie bleibt da. Das bringt's gar nicht. Nein. Na gut. Ach Gott. Jetzt drücken wir wieder zurück, oder? So, irgendwie schnell. Naja, überall. Und ich darf jetzt erstmal hochklettern, weil anders komme ich nicht zurück. Ich mach hoch. Weil es nicht mehr ist. Tod. Haha. Nur weil ich den Speer drauf machen habe. Boah. Wir werden jetzt so scheiße die Treppe runterzütteln lassen. Ja. Schau dir das an. Ach, was kann er denn in der Fläche? Es ist einfach nicht fair. Wir müssen es zerstören. Na wirklich. Du bist ja mal schlau, Tote. Hallo. Er lebt natürlich noch. Nein, das tut nicht weh. Bestimmt nicht. Wir müssen es zerstören. Wir müssen es zerstören. Wir müssen es zerstören. So hat er es gesagt, wenn ich ehrlich sage. So, jetzt machen wir den gleichen Cut. Mhm. Wie gut.